3... so... So... Und up... und zurück... Na dann... Reicher Gewinn... hmmm... Die Wirken aller zu gering Glückshahn werden doppelt angewendet, bis du das Löffel verlässt, deiner muss dir die Karte ablegen. Hoppa... Du kniest ihn neben Kolbion auf dem kalten Boden nieder, als er seinen Kopf zum Gebet senkt. Plötzlich fliegt ein spitzer Stein von hinten gegen die Schulter deines Begleiters. Ihr zieht eure Waffen und dreht euch beide um und seht eine alte, bucklige Nordlingsfrau, sie ist gebeugt noch größer als du, die einen Kopf voller Steine festhält und euch hasserfüllt anstarrt. Raus hier, raus mit euch, Verräter, Lebensverschwender! Ja, die alte Nordlingsfrau rupft wütend an ihren Haaren, während sie mit Steinen nach ihm wirft. Kolbion zuckt nur leichter, als die Steine ihn treffen, bewegt oder verteidigt sich aber nicht. Jetzt versammelt sich eine Gruppe von Dorfbewohnern, sie machen nicht mit, schreiten aber auch nicht ein... einschreiten. Ja. Ah! Ha! Du stellst sie vor Kolbion und verkündest, dass er nichts Falsches getan hat. Die Dorfbewohner lachen nur über deinen Vorschlag. Ein Ältester, der eine Kopfbedeckung aus Knochen und Kräutern trägt, tritt einen Schritt nach vorn. Dieser Narr, seine einzige Pflicht war der Tod. Weil er nicht sterben wollte, brannten sie unsere Häuser und Leute nieder. Der Älteste seufzt. Wir haben nichts, nur Wut, nur Rache, treiben mich jetzt noch an. Verräter Kolbion, erweist euch in der Raufrostprüfung als würdig. Ich zeig dann heute, dass ihr es wert seid, für den Augenscheidstamm zu sterben. Ein Token bekommen. Hm. Naja, bisschen Geld gefunden. Brauche ich das? Nein, noch nicht. Das behalte ich. Leichte. Okay. Die wird betont... Ah, das ist gut. Das hätte ich vorhin auch nehmen sollen. Auswählen. Ja, hab ich. Und zurück. Das ist nicht ein neues Wettbewerb. Oh, was ich? Was ich? Das stimmt. Was ich schon? Danke, bei Mama. Auswählen. Ha, I'm not being gone. Das war's für heute. Torrens Ruster verflucht. Der neue Trigger ist ins Gegenstand. Wurde Einflug halten. Gebunden. Die Karte kann nicht ablegt werden. Schmerz. Gewürken alle Schmerzkarten werden bis zur nächsten Karte doppelt angewendet. Danach musst du die Karte ablegen. Kolporn tippt es an. Dieses Relikt ist verflickst. Bevor Kolporn zum Ende kommen kann, fangt die Relikte an zu probieren und zu summen. Dann beginnt sie in einem unheimlichen Unnatürlichen Licht zu glühen. Du bemerkst ein ähnliches Glühen, das wie als Antwort von einem Turm in der Ferne ausgeht. Glaubt ihr, dass wir uns etwas sagen? Kolporn grinst. Machen wir uns auf den Weg. Okay. Wir brauchen was zu futtern. Ein schwitzender Händler kommt aus der... Achso, das hatte ich schon. Treiben wir... Ach, das ist dasselbe. Das ist doof. Gut, dann nehmen wir noch mal einen Fünfer. Nicht schön, aber Sieg. Gratuliere. Danke, Ivi. Bricht das Lager ab. Leider haben die Plünderer das Dorf zerstört und unser letztes Relikt gekraubt, erklärt er das. Wie ich sehe, trägt ihr da einen wahrlich herausragenden und seltenen Gegenstein fährt er fort. Ihr seid fahrlich ein würdiger Held. Es gibt keine Platinausrüstung in Ausrüstungslänge. Er sieht dich mit bleichen Augen an. Mögen eure großmütigen Taten für immer in Liedern und Legenden besuchen werden. Niemals möge dir... Möge dir niemals vergessen werden. Hm, acht Ruhm. Ich gucke mir mal die Karte an. Heimt, gefährlich. Arm drücken, tiefes Wasser, Wachturm. Magierturm. Aha, untenrum. Und jetzt musst du dich fragen, wie diese Threads verbinden. Wollte du einfach ein Patsy für das Empire? Oder wollte du etwas größer sein? Hm, die Relikte führen dich zu einem geheimnisvollen Turm. Du wirst ihn erklimmen müssen, wenn du den Magier an seiner Spitze erreichen willst. Über dir braucht sich ein unheilvereißender Sturren zusammenbetreten. Ach du Schatz. Ich glaube, wo rot das Vorm ist. Ja, rot Vorm. Da. Hm, hm. Let's see what you do with that, given your position. Als du die Stimmen des Turms, die Stufen des Turms im Vorsteig hörst, hörst du eine Stimme von oben oben. Wisst ihr überhaupt, warum ihr hier seid? Wie viel haben sie euch erzählt, als sie euch in die Fiedelten schickten? Als sie euch herschickten, wer einen Hund, der einem Knochen nachjagt? Du setzt deinen Aufstieg vor. Da ist nur noch einer. Da sind zwei frei. Ab, ab. Ab, ab. Du erreichst endlich die Spitze des Turms. Ihr wurdet geschickt, um die Wünsche des wahren Feindes zu erfüllen. Diese Relikte könnten ihn besiegen, aber hier seid ihr entschlossen, sie ihm zurückzubringen. Wie ich sehe, bringt ihr die Relikte, sagt die Magie und grinst. Bei einem Dieb kann man sich niemals sicher sein, ob er seine Aufgabe erfüllt. Aber darauf, dass es Kaiserei, seine Hunde los schick, ist immer verlassen. Sie hält dir das Fägen der Relikte und fragt spöttig. Ich nehme an, ihr möchtet das hier? Nehmt es, sagt sie ruhig. Aber seid gewarnt, sein Flug wird eure Stärke mitten und euren Kampfeswillen schwächen. Und ein Kampf ist unvermeidbar, fürchte ich. Oder, fährt sie fort, ihr lasst es mir, aber selbst wenn ihr mir überlegen seid, wer es dann niemals mehr erlangen können. Hatte ich das schon? Ne, noch nicht. Ach, weh, man. Der Neue drum wird gebunden. Diese Karte kann nicht abgelegt werden. Falls keine Segen mehr... Wenn du mehr Segen als Flüche besitzt... Uff! Das Relikt in deinen Händen wiegt schwerer, als du erwartet hattest, und seine Präsenz vernebelt seine Gedanken. Die Magierin lacht. Die Herrscher eures Kaisereichs wären stolz auf euch. Euer Schicksal erwartet euch. Macht euch bereit. Du hast eine Relikt wieder davon erlangt. Wenn du dich bemüht, deine Waffe zu heben, schließt dich an die Diebesbande der Auseinandersetzung an. Ich kann mit dieser Linken zusammen mit Magier schießen tolle Spieler aus der Distanz, weicher aus mir in Angriffen zu entgehen. Oh. Ah, komm. Die bist du. Schade. Vielleicht findest du verschiedene Arme besser oder mehr Fähigkeiten. Du hattest aber auch Glück mit den Sägen. Nun geht alles wieder auf Start zurück. Aber jetzt machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann, YouTube.